Ich kann nix machen! Wenn die an mich ran springt, sterbe ich! Nervt mich das. Aber, wie gesagt, desto regelmäßiger du die Charaktere spielst, desto besser. Und ich hätte vielleicht einfach mal die Szene wechseln sollen hier. Hab ich schon mal gesagt, wie die Countess mir auf den Sack geht. Falls nicht, jetzt ist es soweit. Und bei dir sturmfrei. Eat, sleep, play, repeat. Keine Ahnung, wir holen auf Englisch. Ist richtig. Ist richtig. Repeat. Ohne das R und dann ist alles schicko. Ah, ich krieg keine Last Hits gerade. Ah, das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Weil ich mich ein bisschen von der painen lasse. So, Rumpage haben wir. So, Rumpage haben wir. Und die Anbremse. Wenn deine Schmimm auswählen. Wenn die Schmimm auswählen. Ich weiß, wie du jetzt nicht mehr schickst. Und dann mach ich das, die Anbremse. Geht mir so hart auf den Sack, die, Alter. Ich kriege meine Last jetzt nicht. Oh, blam, blam, blam. Immer das Gleiche. Ich kann nichts machen. Wenn die an mich ranspringt, sterbe ich. Nervt mich das. Ich brauche Hilfe bei der Alten. Es geht nicht anders. Ich kann nichts machen, ey. Ich hasse diese Bitch. Ich hab dich auf, ich saß hier. Ich hab dich auf, ich saß hier. Oh, you are! Oh, Countess! Oh, sie hat den noch gekriegt. Hui! Das war dringend nötig, ey. Okay, geh nochmal weg. Hupsi! Und kann dir dampfen, voll gut, geil. Super Krümel. Lass uns mal das Nervigste. Du bist in dem entspanntesten und geilsten Hotel untergebracht oder was und dann musst du trotzdem rausgehen zum Dumpen. Aber so ist super. Freut mich. Nein, ich will nicht einkaufen. Ah! Stay hydrated, mach ich sofort. Okay. Spätestens wenn ich tot bin. Ansonsten verliere ich hier wertvolle Zeit gegen diese... Biatch! Okay, der Rest meiner Truppe rasiert hier ziemlich gut. Wir haben ja hier dringend. Ja, ich bin kein Job. Die Rude in meiner Maschinen exit. Und dann ist es für Schlag. Ich bin nicht ¡Hör! Ich bin nicht, ich bin nicht mit. Die Runde innen. Die Runde innen. You are legendary. Enemy tower under attack. Hellas! So, wir gehen mal Jogger das Hotel erkunden. Bis später. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Krümel. Heroic! Captain Vlado zieht meinen Hut erhalten. Geht auch sofort. Nächste Runde, Captain Vlado. Okay? Oder ich ziehe es jetzt gleich auf und dann... Ich muss bloß kurz ein bisschen klarkommen hier. Und ein bisschen einkaufen gehen. Okay, ich ziehe mir schnell den Hut über, während ich backgehe. Okay. So geht's, oder? So. Ich habe einen Hut auf. Ich wollte irgendwas kaufen. So, gekauft. Nächste. Da. Wir brauchen ganz viel dafür. Aber wir haben noch Platz. Bam! Boop-pa-dee-boom! 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 Ah, come on, Sparrow. Was macht die da? Scheiße. Ah, come on. Ah, die Truppe ist ganz gut drauf, ja? 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 Uh, die Truppe ist ganz gut drauf, ja? Ah, die Truppe ist ganz gut drauf, ja? Ah, der Truppe ist ganz gut drauf, ja? ich dachte gerade ulti rein aber ach so der war beschäftigt mit dem raptor dachte das follow ab ist da anscheinend ich habe ich gehabt char d ally tower under attack ally towers destroyed Oh, Savorok, Alter. Er sieht's nicht. Der lässt sie da machen. Spielt ihr mit Controller? Was ist mit los? Voll das langsame Aiming, oder wird mir das falsch angezeichnet? Okay, Junge, die rasieren hier, Alter. Die rasieren hier. Warum geben die nicht auf? Das ist doch nicht ganz verstanden. Die rasieren hier, Alter. Die rasieren hier, Alter. Die rasieren hier, Alter. Ja, keine Ahnung, was das war. Die rasieren hier, Alter, die rasieren. Die rasieren hier, Alter. Sie sind hier. Die rasieren hier. Untertitelung des ZDF, 2020